Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 4. November 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 496. Und ja, wer rechnen kann, in dieser Woche schaffen wir es auf die 500. Ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. AVM, Paul Perrett, Facebook Analytics, Apple Maps, Spotify, Sonos und Elon Musk. Ich beginne mit AVM. Der Internet-Provider oder besser gesagt der Hersteller von den schönen Fritz-Boxen, Repeater etc. hat wieder mal Updates rausgehauen. Zum einen für die einzelnen Repeater, also die Fritz-Powerline-Adapter besser gesagt. Aber auch für die ganzen Repeater-Geschichten, zumindest vier an der Zahl. Da haben sie Labor-Versionen rausgegeben, wer solches nützen möchte und austesten möchte. Wie das Ganze funktioniert, haben wir einen Link auf daily.geektalk.ch verlinkt. Da könnt ihr es nachlesen und euch installieren, wenn ihr mögt. Für alle anderen heisst es noch ein bisschen abwarten. Die Updates werden wie überall und in den meisten Fällen rollierend ausgerollt und somit nicht gleich bei allen gleichzeitig. 130 Jahren, am 1. November 2018 wurde das erste Schweizer Patent eingereicht. Ihr dürft dreimal raten, in welcher Form das Ganze war. Nicht Form von Patent, sondern um was es genau ging. Genau, es ging um eine Uhr. Und somit auch bei den ersten paar Einreichungen ging es um Uhr und Uhrwerke. Das erste Schweizer Patient hört auch auf den Namen CH1. Somit halt gründlich, wie die Schweizer sind. Und wir sind ja überall immer wieder verschrien als Land der Erfinder. Unter anderem haben wir zum Beispiel den Klettverschluss, die elektronische Zahnbürste, den Reissverschluss, sogar die Toblerone und das Desinfektionsmittel, Merfen, sowie vieles, vieles, vieles andere erfunden. Man glaubt es teilweise gar nicht, aber es ist interessant, mal da ein bisschen rumzuwühlen und schauen, was da alles mit drin ist. Ja, Facebook bohrt seine Analytics-Geschichte auf. Zum einen die Facebook-Analytics für Seiten und so weiter, die werden noch mehr aufgebohrt, damit man sieht, was derjenige, der auf eurem Post gelandet ist, ein Like dagelassen hat und was auch immer vorher schon getan hat und nachher tun wird. Zusätzlich wird das Ganze auch auf Instagram und mit Instagram zusammen verknüpft und ein bisschen mehr aufgebohrt, dass ihr halt eben deutlich mehr Daten bekommt. Also für alle Facebook-Marketer, die werden da sicherlich Freude haben, wird in den nächsten Monaten ausgerollt. Also somit Vorfreude ist angesagt. Dann gehen wir mal über zu Apple Maps. In der letzten Woche, wo ich dran war, habe ich euch berichtet über die Möglichkeit, dass man jetzt bei Zürich am Flughafen jetzt auch Indoor-Karten hat. Und da hat Apple nochmals kräftig nachgeliefert. Denn mit dem letzten Update sind noch weitere Örtlichkeiten hinzugekommen. Aus den Staaten, also USA, Singapur, Hongkong, Dänemark sind diverse Ziele mit dabei. Wie gesagt, über 20 an der Zahl. Wer es genau interessiert, was da drunter ist, der soll nachschauen beim Link bei der aktuellen Daily. Oder direkt bei euch im Podcatcher der Wahl. Da haben wir natürlich einen Link dazu platziert. Mit iOS 12 und WatchOS 5, haben wir glaube ich mitbehalten, genau, hat Apple da ein Ding geöffnet, worauf viele gewartet haben. Bis anhin konnte man über Streaming nur Apple Music konsumieren. Das wurde eben, wie gesagt, von Apple soweit geöffnet, dass die Möglichkeiten, zumindest die Schnittstellen für Dritt-Apps vorhanden sind. Und wie es ausschaut, wird Spotify einer der Ersten sein, der da aufspringt. Denn es ist eine Beta-App im Umlauf. Erste Screenshots könnt ihr euch in den Shownotes mal anschauen. Dazu natürlich auch ein Link. Und ja, all die Nutzer von Spotify wird sicherlich freuen. Und noch mehr freuen würde sie es, wenn das Ganze ziemlich schnell aus der Beta rauskommt und dann auch für alle nutzbar wäre. Gehen wir über zu Sonos. Die haben ja schon länger dem neuesten Sonos One, heisst das Teil, glaube ich, den Sprachassistenten Siri gegönnt. Und auch Alexa. Die beiden sind ja mittlerweile auf der Box drauf. Was nicht drauf ist und angekündigt wurde eigentlich noch für 2018, ist Google Assistant. Der wurde jetzt aber verschoben auf das Jahre 2019. Ein genaues Datum, wann das der da kommen wird, gibt es leider nicht. Wenn ihr zu den Beta-Testern gehören möchtet, müsst ihr mindestens 14 Stunden Musik pro Woche hören und mindestens 10 Sprachkommandos täglich nutzen. Am Anfang wird es eine kleine Testgruppe sein. Nachher wird man es aber ziemlich schnell in grösseren Mengen ausrollen und in grösseren Gefilden testen. Wer da also dabei sein möchte, sollte sich schnell melden. Wie genau, weiss ich auch nicht. Lest mal in diesem Internet ein bisschen nach. Ja, ein beunruhigender langer Tunnel. So hat ihn Elon Musk beschrieben. Wir haben ja immer wieder mal was davon gehört, dass Elon Musk ein Tunnel unter LA buddeln möchte. Und die Teststrecke, die ist anscheinend auch durch. Zumindest wird am 10. Dezember das Ganze veröffentlicht in sehr eindimensional. Wie genau, hat er nicht erklärt, dass das genau stattfinden wird. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Er sei den Weg schon abgelaufen und als nächstes stehen dann natürlich die richtigen Tunnels an. Das wird aktuell eine Teststrecke sein. Nicht für Autos, wo man den Verkehr unten aus der Stadt rausleiten kann, sondern eher gedacht für eben eigenständig fahrende, bewegende Gerätschaften. Ihr wisst, was ich meine. Wird spannend und wir dürfen alle warten auf den 10. Dezember, ob und wie das dann wirklich vorgestellt wird. Ich bin ja mal sehr gespannt. Lieber Herr Musk, wir sind gespannt. In diesem Sinne, nach der Verdoppelung, wenn nicht sogar Verdreifachung, euch einen wunderschönen und vor allem einen erfolgreichen Tag, einen guten Start in die neue Woche und ich freue mich, euch diese Woche begleiten zu dürfen. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.